hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem video heute spreche ich über meine erfahrungen zu den ersten 100 tagen mit dem mac mini m1 version der hier hinter mir steht ihr wisst ich bin von dem imac einer intel basierten version zum mac mini m1 gewechselt habe da eine ganze menge an erfahrungen gesammelt es gibt jetzt alles positives wie auch negatives hier von mir zu hören ihr dürft sehr gespannt sein und ich habe auch einige tipps für euch wenn ihr noch überlegt zum m1 zu wechseln viel spaß das review zum mac mini hast du bestimmt schon gesehen wenn nicht schaust du gerne mal meine playlist an heute gibt es den langzeittest bericht zu diesem gerät ich möchte gleich mal anfangen mit den vorteilen die meisten von euch wollen ja hören was kann der mac mini und was kann er nicht erst nach 100 tagen nutzung immer noch voll leistungsfähig er hat keine leistungseinbrüche ich kann immer noch wie am ersten tag in voll ballern mit inhalten kann ihn voll benutzen er ist immer noch deutlich schneller als die imac variante die ich vorher hatte also was das angeht habe ich mich definitiv verbessert und auch nach 100 tagen nicht verschlechtert zum einen würde ich ihn mir auf jeden fall wieder kaufen also den kauf habe ich nicht bereut ich kann ihn definitiv empfehlen an alle die für den desktop bereich einen mac möchten die vielleicht schon ein bildschirm haben kauft ihn euch testet ihn probieren aus er ist definitiv jeden euro wert und wird euch begeistern zum anderen ist die performance immer noch nach 100 tagen wie am ersten tag also das muss ich wirklich sagen das ist der wahnsinn erst immer noch deutlich schneller als mein intel imac den ich vorher hatte er bietet mir immer noch die gleiche performance wie am ersten tag da bin ich wirklich nicht enttäuscht worden da hatte ich was anderes erwartet da dachte ich schon okay wenn du dann zwei drei monate damit unterwegs bist hast viele daten drauf liegen hast einige programme mal genutzt und vielleicht im hintergrund mit geöffnet dann wird es auch einbrüche geben so ist es auf jeden fall nicht was ich auch nicht gedacht hätte das wäre die leistung des arbeitsspeichers ich habe ja wie gesagt nur acht gigabyte verbaut und die reichen für das aus was ich mache also auch jetzt nach drei monaten kann ich sagen ich kann all meine grafik sachen damit machen natürlich gibt es anwendungen wo ich das schon merke okay wenn ich das quasi jetzt verdreifacht hätte dann wird es eng aber mit meinen adobe programmen mit ein bisschen musik hören im hintergrund und noch im web irgendwas offen ging das bis lang ohne probleme sogar video calls ging ohne problemen parallel mit zwei drei fenster noch offen also das macht alles gar nichts aus das kannst du mit diesem mac mini auf jeden fall sehr gut realisieren was ich auch dachte und da wurde ich eines besseren belehrt ist wenn ich mehrere adobe programm offen habe also wie zum beispiel in design photoshop und lightroom und noch musik höre dann springt der lüfter an und es war nicht der fall obwohl hier ein lüfter verbaut ist sprang einfach nicht an also ich dachte irgendwann muss er doch mal kommen er kam halt nicht und offensichtlich spricht es auch für die leistung dieses mac mini dass er wahrscheinlich so gut gekühlt wird und so eine gute performance hat dass er den lüfter mit meiner nutzung gar nicht benötigt das bringt mich gleich wieder zum umkehrschluss dass die acht gigabyte verbaute arbeitsspeicher und die komplette performance für mich in meinem fall sehr wahrscheinlich gut passen denn bislang hatte ich keine probleme mit ihm was die grobe nutzung angeht jetzt kommen wir mal zu den nachteilen zum einen sind es natürlich die anschlüsse die schon im alltag nerven muss ich sagen wenn ein desktop rechner nur zwei usbc anschlüsse hat dann ist das sehr sehr wenig apple bitte rüstet danach ok also macbook pro und macbook air hat eben auch nur zwei anschlüsse ok aber auch da hätte ich gern drei oder vier aber hier im desktop bereich da brauche ich definitiv mehr und da möchte ich mich eigentlich nicht mit kabelsalat und usbc dongles abspeisen lassen müssen weil es halt nicht anders geht finde ich nicht gut was ich auch nicht gut finde das ist die performance einige programme die noch nicht angepasst wurden sie also weniger am rechner sondern es liegt an den programmen die noch nicht umprogrammiert wurden beziehungsweise passend programmiert wurden damit sie auf dem m1 gut laufen und das nervt teilweise schon selbst bei adobe gibt es dann ab und zu probleme dann springt halt mal das programm raus also es fällt aus im sinne von stürzt ab dann wird eine fehlermeldung gemacht und ja dann gibt es irgendwann ein update und dann funktioniert das schon besser es wird auch immer besser aber wir sind immer noch nicht an dem punkt wo ich sagen kann es funktionieren alle programme egal welches so ist es noch nicht das finde ich ein bisschen schade das könnte auf jeden fall schon sein denn der m1 ist ja schon ein ganzes stück am markt und was richtig nervt das ist im alltag die nutzung von externen speichermedien jetzt kommen wir zu meinem besonderen tipp wenn du diesen mac mini nur mit externen speichermedien benutzen möchtest und den internen mit bisschen weniger speicher ausstattest was ja geht dann empfehle ich dir ausschließlich auf sd karten oder ssd festplatten zu setzen kommt bloß nicht die situation dass du normale festplatten hier anschließt weil dann wird es echt ein problem geben dann bricht der mac deutlich ein in seiner performance verhält sich wie ein intel imac schon fast und das ist echt ein riesen problem also ich muss sagen ich hatte jetzt einige festplatten mal dran wo der rechner sich wirklich verhalten hat wie ein uralter mac es war überhaupt nicht mehr so dass er flüssig arbeiten konnte und bremste sich regelrecht dadurch aus also verwende ssd festplatten unbedingt über usb c damit du hier wenn du extern speicher ist auch die komplette performance abrufen kannst ob der mac mini zu dir passt hängt also auch stark davon ab was du damit machen möchtest beziehungsweise welche komponenten du hier anschließen muss abschließend möchte ich noch sagen dass es sehr stark davon abhängt was du mit dem mac mini machen möchtest wenn es um die entscheidung geht ob er zu dir passt oder nicht denn wenn du schwierige komponenten anschließt wie zb normale festplatten und ältere festplatten dann wird es eng mit der performance und dann wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht mögen wenn du exotische software damit nutzt oder einfach software die noch nicht angepasst ist für die m1 chips wirst du auch keine freude haben weil nicht jedes programm flüssig läuft und es gibt auch ab und zu probleme dass ein programm vielleicht abstürzt oder ja einfach einfriert weil es noch nicht komplett gut läuft auf diesem system darauf musst du dich einstellen dass es kann schon passieren das liegt in der sache der natur dass die programme noch nicht darauf angepasst wurden ich für meinen teil bin sehr zufrieden mit ihm ich habe es vorhin gesagt ich würde ihn jederzeit wieder kaufen ich kann ihn nur empfehlen ja er hat einige tücken das musste im vorfeld wissen ich für meinen teil kann sagen dass ich sehr froh bin dass ich gewechselt bin dass ich den mac mini mir geholt habe ich bereue es bis heute nicht auch nach dieser zeit inzwischen umgestiegen zu sein und ich würde es jederzeit machen ich kann dir nur empfehlen ihn mal auszuprobieren vielleicht mit einer konfiguration zu hause einzurichten und du wirst sehen damit mini läuft echt stabil und deutlich besser als seine hater sagen soweit meine langzeit erfahrungen zu mc mini ich hatte mir eine ganze menge aufgeschrieben das meiste war überwiegend positiv es gibt natürlich kritikpunkte die werden sich aber im laufe der nächsten monate und jahre deutlich besser wenn dann apple auch mit den software hersteller noch besser zusammenarbeitet was updates angeht und dann kannst du diesen mac mini und die chipset der m1 version uneingeschränkt eigentlich empfehlen damit sehr viele fragen zum mac mini im vorfeld erreichten hoffe ich dass ich einiges jetzt beantworten konnte wenn nicht schreibt gerne unter dieses video dann tauschen wir uns aus vielleicht kann ich dann noch den ein oder anderen tipp mitgeben ansonsten hoffe ich dass aus meiner perspektive vielleicht gut rübergebracht werden konnte was gut und vielleicht auch nicht so gut am mac mini ist und wenn ihr fragen habt wie gesagt schreibt sie gerne unter dieses video und in diesem sinne danke ich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen ihr könntet was mitnehmen und bis zum nächsten mal tschüss